Sonne, Sonne Hallo, es ist ein herrlicher Tag hier in Berlin, die Sonne scheint und was gibt es Schöneres, als gerade an so einem Tag ein Lächeln zu zaubern, Freude zu verschenken und vielleicht sogar den ein oder anderen Wunsch zu erfüllen. Es gibt nur ein, wie soll man sagen, kleineres Problem. Wünsche kosten Geld. Wir haben keins. Aber ich sag Ihnen eins, das wird die Leute nicht vom Lächeln abhalten. Vertrauen Sie mir. Das habe ich jetzt hier gerade am Straßenrand gefunden. Ich glaube, aus dieser vertrockneten Blume kann man noch sehr viel Freude machen. Man braucht einfach nur diese Blume und ein Geschäft. Herzlichen Glückwunsch. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind der Ein-Million-Sekunde hier von diesem Geschäft. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Wir sagen Gratulation. Was habe ich jetzt gewonnen? Was haben Sie jetzt gewonnen? Na, da muss ich gerade gewinnen. Sie sind der Ein-Million-Sekunde. Das reicht mir nicht. Ich gebe Ihnen die Blume wieder zurück und gehe an meiner Wege. Guten Tag noch. Guten Tag auch. Wir haben ja jetzt nicht erwartete Freude bei uns. Nee, wir haben gar keine Freude bei uns. Wir müssen mit anderen Ideen weitermachen. Haben wir einen Geldkoffer. Geldkoffer, wo nichts drin ist? Versuchen wir jetzt mal. Guten Tag. Hallihallo. Nicht erschrecken. Sie können jetzt bei mir diesen Geldkoffer gewinnen. Das ist nur eine Frage. Wie heißt die aktuelle englische Königin mit Vornamen? Elisabeth. Sie haben in diesem Moment diesen Geldkoffer hier gewonnen. Nehmen Sie ihn ruhig. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Freuen Sie sich. Danke schön. Ich freue mich. Ja? Schön. Darf ich schon mal reingucken? Nein, gleich erst. Schön, dass Sie dabei waren. Danke schön. Schön. Tschüss. Hat sich absolut ehrlich gefreut, die Dame. So geht's, würde ich sagen. Guten Tag. Auch Ihnen wollen wir einen Wunsch erfüllen. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss arbeiten. Ja, ich muss auch arbeiten. Ich habe keine Zeit. Aber wir wollen doch einen Wunsch erfüllen. Hallo, wir sind vom ProSieben. Gibt es einen großen, großen Wunsch, wo du dich wahnsinnig freuen würdest, wenn wir den erfüllen können? Ein Auto. Ja? Ja. Okay. Was hältst du von einem nagelneuen Porsche 911? Ja, würde ich nehmen. Schließ bitte die Augen. Du weißt, dass ein Porsche einen sehr charakteristischen Sound hat. Wenn ein Porsche käme, dann würde man ihn hören. Denk ich schon, ja. Ja, nee. Schließt die Augen und konzentriert dich. Ich habe gedacht, dass wir ein Lächeln schenken würden. Und jetzt... Steht er da. Steht er da. Okay, vielleicht muss man dir die Idee überdecken. Ja. Guten Tag. Wir kommen von ProSieben. Und wir erfüllen heute Wünsche. Hab ich was gewonnen? Sie haben praktisch etwas gewonnen. Und zwar... Ja. Dürfen Sie sich... Ja. Unbegrenzt... Oh mein Gott. ...alles kaufen, was Sie in diesem Kaufhaus finden. Nein! Restlos alles. Nein. Dürfen Sie machen. Dann bitte einmal rein spaziert. Oh mein, ich ziehe das mal. Zurecht. Bitte einfach alles auswählen. Und dann geht's los. Ich stelle eine Erdung. Wir kommen gleich nach. Okay. Ich bin jetzt schnell weg. Oder? Aber ich habe ja nur gesagt, Sie darf sich alles kaufen. Also jeder Mensch darf sich jederzeit überall alles kaufen. Sehen Sie das Auto da vorne? Weiße Renault Clio. Ja. Eine Quizfrage. Und Sie steigen in das Auto ein. Habe ich keine Zeit dazu. Ich stelle Ihnen jetzt eine Quizfrage. Und Sie haben keine Lust, das Auto zu gewinnen? Ja, ich auch nicht. Ich habe eher Lust, dass Sie das Auto gewinnen. Sie wollen das Auto nicht gewinnen. Nein. Ich stelle Ihnen eine Frage, dann gewinnen Sie ein Auto. Dann sagen Sie nein. Ja. Dann fragen Sie das. Wie würden Sie denn zu Werbett Millionär gehen? Da fragt er die Millionenfrau und dann sagen, ich habe keine Lust, tschüss. Ja, genau. Gut. Tschüss. Mensch, Sie sind aber schwer zu knacken, Mensch. Das wäre es. Das ist ein nagelneuer Renault Clio. Ja. Und nur eine Quizfrage und Sie dürfen einsteigen. Ja, was ist die Frage? Wie nennt man den wohl berühmtesten Käse Hollands? Gouda. Wie ist Ihr Nachname? Willikens. Gouda ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, Herr Willikens. Bitte steigen Sie ein. Das Tolle ist, es ist sogar ein Fahrer dabei. Herr Willikens, steigen Sie ein. Herr Willikens, steigen Sie ein. Herr Willikens. Ja. Das geht jetzt nicht. Ich muss hier arbeiten. Steigen Sie ein. Das geht nicht. Wieso geht es nicht? Ich verhoch. Weil ich den Platz hier zum Arbeiten brauche. Kann Herr Willikens nicht einsteigen? Nein. Aber er hat die Quizfrage richtig beantwortet. Können Sie vielleicht einmal kurz herzlichen Glückwunsch, Herr Willikens, sagen? Da steigt er jetzt bitte nicht ein. Vielleicht, dass Sie einmal Herrn Willikens wenigstens gratulieren. Ja, von Herzen. Danke, aber da, wo ist der Preis dann? Also ich würde sagen, Sie haben sich sehr gefreut. Ja, aber das war es. Das war es auch, ja. Aber darum geht es ja. Freude schenken. Ja. Machen Sie jetzt das Auto zu? Ja, ich brauche jetzt eine Pause. Können Sie uns den Schlüssel dalassen fürs Auto, weil wir hier gerade... Haben Sie heute schon Fieber gemessen? Nee. Sollten Sie mal ein Tool. Okay. Tschüss. Ja, denke, das ist eine rundum gelungene Aktion. Haben ein bisschen Freude geschenkt. Und mehr kann man noch von so einem schönen, sonnigen Tag nicht erwarten. Ja, denke, das ist eine Runde.